Hallo, heute geht es um diese Blechteckel her und was man mit ihnen genau anstellen kann. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de. Heute zeige ich euch, was man genau mit Becken macht, wie sie konstruiert sind und welche Aufgaben sie erfüllen. Grundsätzlich gibt es hier bei Becken drei Merkmale konstruktionell, nämlich eine Glocke. Die sorgt für den Obertonspektrum, also wie obertonreich das Becken klingt. Je größer die ist, umso mehr Masse ist hier versammelt, umso höher klingt das Becken. Also wer richtig Ping haben will und will, dass das Becken sich durchsetzt, der braucht da eine große Glocke. Wer da weniger davon will, der sollte ein Becken wählen, dass er kleiner ist. Dann gibt es da als nächstes den Bogen. Das ist das hier. Also der Bereich von der Glocke bis hin zum Rand. Der Rand ist die nächste Baustelle. der geht so quasi die ersten zwei, drei Zentimeter vom Rand weg. Das ist eben hier der Bereich, an dem man ein Becken angraschen kann. Und das seht ihr jetzt ganz einmal natürlich mit Stücken am Set. Kann man auch etwas länger spielen jeweils. Dann klingt das so. So, und demonstriert habe ich das hier mit meinem Evolution Crash, das ihr auch jetzt gerade gesehen habt. Weiter machen wir einfach mal mit dem Reitbecken, dass ihr hier drüben am Rand noch seht. Und hier habe ich auch ein zweites, denn ich bin natürlich eher im Jazz unterwegs. Und das ist im Reitbecken ganz, ganz wichtig. Meistens spielt man beim Reitbecken ja den Bogen und hin und wieder auch mal die Glocke. Und das sieht dann ganz einfach so aus. Reitbecken Als nächstes kümmern wir uns mal um das eigentlich zentralste Instrument, wenn es um Becken geht, nämlich die Hi-Hat. Ein Becken wird ja auf einer Hi-Hat-Maschine montiert, das kann man dann auch öffnen und das klingt dann gespielt so. Weiter geht es mit dem Crashbecken, das habe ich ja schon mal gezeigt. Hier nochmal ein paar Beispiele, was man da macht. Man spielt das Crashbecken meistens mit der Bassdrum und das sorgt einfach dafür, dass der Crashakzent einfach mehr Volumen kriegt und noch ein bisschen Bassfundament hat, den ein Crashbecken an und für sich allein genommen hat, eben sehr, sehr viele Höhen und allein gespielt, klingt das ein bisschen verloren. Deswegen spielt man das meistens mit der Bassdrum. Das gilt eigentlich auch grundsätzlich für Akzente, die kurz und scharf sind. Da legt man meistens eine Bassdrums-Unterstützung drunter. Das werden wir also auch bei anderen Beckenmodellen finden. Aber zunächst mal hier die Crashbeispiele. So, weiter geht es mit der Effektabteilung. Da fange ich am liebsten mit meinem geliebten Splashbecken an. Da habe ich hier zwei Stück. Das hier ist ein 8-Zoll-Splash und das ist ein 10-Zoll-Splash. Klingt dann so. Der Namen erklärt sich von allein, genauso wie beim Crash. Ein Crash erzeugt halt den Klang, nachdem es benannt ist. Und ein Splash, das ist so ein platschender, schneller Sound, der gleich wieder weg ist und für feine kleine Akzente sorgt. Und gespielt klingt das jetzt so. Das ist so. Weiter geht es in der Effektabteilung mit den Chynas. Chynas sind ganz spezielle Becken. Die haben eine ganz komische Form, zumindest auf den ersten Blick. Das ist eigentlich der älteste Typ Becken, den es gibt. In der Tat ist es eine Beckenform, die aus China kommt. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass der Rand nach oben gewölbt ist. Und dadurch klingt das Becken eben ziemlich aggressiv. Meistens werden diese Chynas verkehrt herum montiert. Ich persönlich mag das nicht, denn ich denke, so kriegt man einfach mehr Klangpalette raus. Das heißt, ich habe hier so mehr Klangfarben. Hier ist der Tag einfach höher und ich habe wirklich einen ganz giftigen Ton. Deswegen spiele ich das eher so. Hier ein paar Beispiele zu den Chynas. Zunächst mal hier das hier. Und, ganz wichtig, ich habe auch hier das Ganze mal in groß. Und, ja, klingt so. Und hier das Ganze am Set. Und, ja, klingt so. Und, ja, klingt so. So, und abschließend habe ich noch hier ein ganz spezielles Glockenmodell. Eine Celtic Bell von Factory Metalworks Street FX. Da gehören eigentlich noch Schellen rein. Die habe ich wegmontiert, dass es in so einen richtigen, obertonreichen, hohen Klang liefert. Und ich verwende das on top auf meinem 12 Zoll Mini-China, um Glockensounds zu spielen. So, da wir jetzt alle Becken, die man so grundsätzlich verwenden kann, durch haben. Können wir einfach hergehen und mal vielleicht betrachten, zu welchen Zwecken werden die einzelnen Beckentypen verwendet. Natürlich ist das wichtigste Becken für uns nicht ein Becken, sondern immer zwei, nämlich die Hi-Hat. Die Hi-Hat sorgt eigentlich für einen konstanten Puls und der Übertragung des Grundfeels eines Musikstücks. Da spielen wir eben Viertel, Achtel, Sechzehntel oder Triolen, ja, und das wird dadurch übertragen. Hin und wieder verwenden wir das eben auch für Effekte und können das entsprechend dann öffnen, da ein Pedal dran ist. Ja, dieses Pedal kann man auch als Volumen-Pody nutzen. Zum Beispiel in der Rockmusik öffne ich eigentlich immer das Becken ein kleines bisschen, wenn es sehr aggressiv und laut sein soll. Und das kann man dann wirklich dann so verwenden, indem man es leicht angrescht und öffnet. Das klingt so am Set. Hier mal ein Beispiel. Und das Ganze kann man natürlich noch besser sehen. Demonstrieren, wenn man das Ganze mal ein bisschen AC-DC mäßig gestaltet. Das zeige ich jetzt im nächsten Beispiel, das dann so aussieht. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe Achtel gespielt und zwar auch in dem ersten Teil. Das klingt zwar ein bisschen viertelmäßig, da verschwindet aber durch das Öffnen der Hi-Hat der Upbeat, also den Upstroke auf der Zählzeit und im Rauschen. Und das klingt ziemlich laut und aggressiv nach Viertel. Wenn ich aber die Hi-Hat schließe, dann sieht man ganz deutlich, dass ich eigentlich immer die gleichen Achtel durchspiele und es wird einfach klarer, weil ich die Hi-Hat schließe. Das heißt, hier steuere ich quasi den Klang und die Wirkung allein dadurch, dass ich das Becken öffne oder schließe. Und damit kann ich eben den Ton gestalten und auch den Groove und das Feel, das ich spiele. Das ist eben ein ganz zentraler Punkt, den die Hi-Hat für uns sehr, sehr wichtig macht. Da kann man sehr, sehr viel gestalten, was den Groove angeht. Die gleiche Aufgabe wie die Hi-Hat erfüllt auch das Reitbecken. Das Reitbecken ist einfach ein Substituterklang, also eine gleiche Funktion wie die Hi-Hat, nur eben anderer Klang. Und ein Reitbecken sorgt einfach für eine Fläche, für Volumen im Sound. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen was Lauteres haben will mit mehr Fläche, zum Beispiel im Refrain, dann spiele ich da in der Regel ein Reitbecken. Das ist so eine Grundregel im Pop, wenn man es ganz platt machen will, spielt man im Vers dann die Hi-Hat und damit es ein bisschen lauter wird, spielt man im Refrain das Reitbecken. Wenn ich eine Bridge habe, verwende ich dann noch die Reitglocke und so kann man das aufbauen. Weiter geht es mit dem Crashbecken. Das Crashbecken ist einfach dafür da, dass ich bestimmte Punkte in der Musik hervorheben kann, zum Beispiel Textstellen oder der Anfang von Formteilen meistens. Das ist eigentlich der klassische Ansatz, ich spiele zum Beispiel 8 Takte A und dann 16 Takte B, zum Beispiel ein längerer Solo-Teil. Und ich mache im letzten Takt A, im achten Takt Fill-In und auf 1 im ersten Takt B spiele ich dann ein Crash-Akzent, damit auch jeder weiß, okay, jetzt fängt der neue Formteil an. Und das ist so die Grundaufgabe der Crashbecken. In der Rockmusik zum Beispiel haben sie auch harmonische Funktionen, denn da werden oft dann Harmonie und Riff-Rhythmen in den Crashbecken mitgespielt. Deswegen haben Rockdrammen auch immer mehr Crashbecken. Also das ist die Funktion des Crashbeckens in der Rockmusik, die sind da auch häufiger vertreten. Der Jazz-Drummer zum Beispiel, der spielt konstanterweise eigentlich mehr auf dem Reitbecken. Deswegen haben viele Jazz-Drummer eigentlich nur Reitbecken. Minimum zwei Stück. Hier mal ein Beispiel für ein Jazz-Reitbecken. Ja, ich weiß, Jazz ist nicht jedermanns Sache, aber man muss es eben auch erwähnen. Das ist eben der Unterschied zwischen Rock-Sets und Jazz-Sets. Ich habe eben so quasi ein Hybrid. Also mit meinem Set spiele ich ganz oft überwiegend eigentlich Rock-Pop-Sachen, weil das natürlich im Unterricht häufiger angefragt wird. Aber eigentlich bin ich von Haus aus eher in jazzigen Gefilden unterwegs und deswegen habe ich zwei Reitbecken. Wobei ich sagen muss, mein zweites Reitbecken ist eigentlich eher dafür da, dass ich es ancrash. Da verwende ich es häufig auch so, als Crash-Becken, als richtig kräftigen Crash-Akzent. Kann aber eben auch Reitfiguren spielen. Das ist auch genauso ausgesucht. Das hat eine ziemlich flache Konstruktion und dadurch eben wenig Ping-Sounds und ist ganz dezent. Und lässt sich sehr, sehr gut ancrashen. So, dann kann man noch ein bisschen was über Effekte sagen. Zum Beispiel Splash-Becken sind für mich eigentlich da für das Topping. Also wie auf einer Torte der Zuckerguss. Da kann ich einfach kreativ mitarbeiten und bestimmte rhythmische Phrasen, die schnell gehen müssen, einfach mit Becken mitbegleiten. Weil diese kleinen Effektbecken einfach sehr schnell reagieren. Und das ist natürlich schon für mich so eine Spielwiese, die ich immer ganz gern mag. Also ein Setup ohne Splash-Becken wäre für mich nicht vorstellbar. Und probiere das einfach mal aus. Ist nicht jedermanns Sache. Also zum Beispiel in Punkrock und Heavy Metal sind Splash-Becken. Ja, es gibt auch Metal-Drammer, die Splash-Becken verwenden. Aber eigentlich kommen die meistens nicht mehr ganz so gut durch, wenn tonenschwere Bässe dann drüber donnern und Gitarrenwände das Klangbild dicht machen. Das ist meiner Meinung nach eher was für transparente Klangbinder. Ein Meister mit Splash-Becken umzugehen ist für mich Manu Caché. Der ist ja bekannt dafür, das ist sein Markenzeichen. Der hat zwei kleine Splash-Becken in Klaments 6 und 7 Zoll oder 2 6 Zoll von Siljen, Siljen AW-Beserie, wenn ich mich recht entsinne. Da versuche ich mal einen Link zu finden, schaut euch den Herren mal an. Das lohnt sich. Das ist wirklich in charakteristischer Art und Weise, seinen Sound zu prägen durch einen speziellen Beckentyp. Auch das ist möglich. So, und jetzt sind wir zurück bei den Chinas. Die Chinas sind einfach für ganz brachiarle Sachen zuständig. Mit denen kann man richtig Alarm und Lärm machen. Die sorgen einfach für ganz aggressive Sounds und setzen sich immer ganz krass durch. Deswegen werden sie hauptsächlich auch in Rock und Heavy Metal ganz gern verwendet. Die setzen sich auf jeden Fall durch, durch jede Gitarrenwand. Man kann natürlich auch in Crash-Becken Reitfiguren spielen. Das heißt, wenn ich ein Reitbecken natürlich angreifen kann, kann ich auch Reitfiguren auf dem Crash-Becken spielen. Das wird auch ganz, ganz häufig gemacht. In der Alternative-Musik, immer in der Rock-Musik, immer dann, wenn es brachial werden soll. Dann erzeugt man diese White Noise-Sounds, indem man einfach zum Beispiel gerade Achtel oder Viertel auf dem Crash-Becken spielt. Das klingt dann so. Okay, das war jetzt hier mal ein Überblick über die Funktionen und die einzelnen Beckenmodelle. Macht euch mal selber dabei dazu Gedanken und probiert da ein bisschen rum. Die Becken-Sets sind doch sehr unterschiedlich von Drummer zu Drummer. Das ist immer eine sehr individuelle Sache, was man da genau bevorzugt und hängt da sehr stark von der Musikrichtung ab, die man hauptsächlich spielt. Die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Dicken und in unterschiedlichen Oberflächen. Und da ist es natürlich dann für den Rock-Drummer wenig sinnvoll, wenn er dunkel, weich klingende Becken, die super sind für Jazz und schön dezent sind und nie laut werden, sich kauft, weil er das persönlich geil findet. Und dann, nur um dann festzustellen bei der Bandprobe, dass man seine Becken einfach nicht mehr im Bandsound hört. Das heißt, in der Rockmusik sind eher die brillanten, lauten Sounds gefragt und im Jazz halt eher die Sounds, oder auch im Funk, Soul, R&B, Hip-Hop eher Sounds, die sich in die Musik einpassen, einfügen und nicht so durchschen eigentlich sind. Das ist so grundlegend so eine Sache. Aber da könnt ihr euch einfach mal herumprobieren, im Musikgeschäft fahren, euch mal ein paar Sachen anschauen. Wenn ihr mal über die Phase der Einsteigerbecken hinaus seid und euch einen guten Beckensatz kauft, dann könnt ihr da euch mal Gedanken zu machen. Denn dann wird das ja dann auch etwas kostenintensiver, denn an den Becken kann man relativ wenig machen. Ich kann ja nicht nachträglich noch ein bisschen hämmern, das wird meistens nichts werden. Das ist unheimlich schwierig, so ein Becken herzustellen. So, das soll es jetzt aber endgültig für heute gewesen sein. Ich hoffe, das war wieder für euch interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht Abonnent meines Kanals ist, kann das jetzt hier nachholen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit euren Becken und nicht vergessen, start drumming!